Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Spuren am Surfen. Auswahl des Webbrowsers. Firefox ist der Webbrowser der Mozilla Foundation. Er ist kostenfrei nutzbar und steht auf der Webseite des Projektes für fast alle Betriebssysteme zum Download bereit. Linux-Distributionen enthalten den Browser in der Regel. Debian GNU Linux enthält eine Version des Browsers unter dem Namen Iceweasel, allerdings oft in einer veralteten Version. Das Mozilla Debian Team stellt eine aktuelle Version in einem extra Repository bereit. Firefox kann durch viele von der Community entwickelte Add-ons und Anpassungen in der Konfiguration zu einem sicheren und privacy freundlichen Browser aufgewertet werden. Ich beschränke mich im Folgenden auf diesen einen Browser. Das ist schon sehr umfangreich, wenn man es gut machen will. Der John Do Fox ist ein Browser-Profil für Firefox, das alle Einstellungen umsetzt. Zu finden auf der Seite anonym-surfen.de. Hier unter John Do Fox. Und das kann man wie folgt installieren. Einfach das Paket anklicken und dann wird es per Hand installiert. Oder sich einfach mal die Anleitung zur Installation genauer anschauen. Also hier bei Linux Mint einfach Debian Paket anklicken und installieren. Nach der Installation von Mozilla Firefox ist das John Do Fox-Profil zusätzlich zu installieren. Fertig. Zukünftig fragt Firefox bei jedem Start, welches Profil genutzt werden soll. Und zwar sieht das dann so aus. Hier die Frage. John Do Fox ist für anonyme Surfen mit John Do Nume entwickelt worden, kann aber auch ohne Anonymisierungsdienst verwendet werden, indem man auf kein Proxy oder benutzerdefiniert umschaltet. Wenn man den Proxy benutzerdefiniert wählt, kann die User-Agent-Kennung modifiziert werden. Das ist vor allem für Nutzer seltener Betriebssysteme sinnvoll, um sich in der Masse der Windows-Nutzer zu verstecken. Mit dieser kleinen Anpassung erhält man einen optimal konfigurierten Browser. Ebenso ist es möglich, John Do Fox zu starten unter Menü, Internet, John Do Fox. Einfach draufklicken. John Do Fox bringt viele Plugins mit sich. Zu finden unter Extras, Add-Ons. Ebenso gibt es hier verschiedene Links und zwar einen Anonymitätstest. Ebenso gibt es hier Links zu den Seiten von anonym-surfen.de und E-Mail Provider, temporäre Adressen und Wegwerfadressen. Ebenso hier Dateien tauschen, Kurzzeithosting, Langzeithosting, Fotos und Videos. John Do Browser. Der John Do Browser ist nicht nur sicher konfiguriert, sondern enthält auch Modifikationen im Source Code von Mozilla Firefox, um eine höhere Anonymität zu bieten. Die aktuelle Beta-Version arbeitet stabil und kann meiner Meinung nach für die tägliche Arbeit eingesetzt werden. Den Browser findet man auf der Seite anonym-surfen.de jondo-browser.html und der John Do Browser soll zukünftig John Do Fox ablösen. Steht hier bereit mit der Version 0.14 Beta. Um den John Do Browser zu installieren, reicht es, das jeweilige Paket für das entsprechende System anzuklicken. Zum Beispiel hier für Linux Mint. Einfach das Debian Paket anklicken, dann den Anweisungen folgen und das war es dann eigentlich auch schon. Nach der Installation findet man den John Do Browser unter Menü. Internet John Do Browser. Genutzt wird hier Firefox 24.4.0. Die entsprechenden Add-Ons werden auch wieder mitgeliefert. Und die Einstellungen werden eingeblendet, wenn man hier auf das Icon klickt. Icon klicken, dann Einstellungen. Das war Joseph Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück! Ich bin einstellungen. Aber ich bin einstellungen. Untertitelung des ZDF, 2020